Wir bei Elektro Hartmann sind in der Lage für unsere Auftraggeber, sehr komplexe Gebäude zu installieren. Die gesamte Facettenbandbreite der Elektrotechnik von der Mittelspannung bis hin zur Brandmeldetechnik, das sowohl von der Planung über die Ausführung bis hin zur Wartung. Wir haben einen breiten Kundenkreis, vorrangig institutionelle Bauherren, bestehend aus Projektentwicklern, der öffentlichen Hand, großen Generalunternehmen. Aber auch Ingenieurbüros, die in Direktvergaben Bauvolumen am Markt abfragen. Strandkai Bauvorhaben ist wirklich ein Prestigeobjekt für uns als Firma. Wir sind wirklich mit einer großen Besetzung hier. Wir haben drei Projektleiter an die sieben Bauleiter und wir werden zu Spitzenzeiten wirklich um die 50 Monteure hier haben. Es gibt vier Baufelder, über 300 Wohnungen. Es gibt eine Tiefgarage, die die Baufelder verbindet, drei Etagen. Es gibt noch einen öffentlichen Bereich mit Küche, mit Gastronomie, mit allem drum und dran. Wir bauen hier seit 2017 das Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie und haben die Elektroinstallation im Bereich Brandmelde, Sicherheitsbeleuchtung, Starkstromanlagen, was Schalter, Steckdosenbeleuchtung betreffend installiert. Hier in Damp ging die gesamte Bauphase, sprich erster Abschnitt, zweiter Abschnitt um die anderthalb Jahre. Im ersten Bauabschnitt haben wir 405 Hotelzimmer umgebaut, im zweiten Bauabschnitt haben wir 315 Zimmer gehabt. Wir waren hier im Schnitt mit 20, 30 Mann vor Ort. Jeder einzelne von den Mitarbeitern ist sehr wichtig, um den zügigen und reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten. Wir bei Elektro Hartmann bieten fachkundige Installation, Wartung und Service für Anlagentechnik der Bereiche Stark- und Schwachstrom sowie Daten- und Sicherheitstechnik. Von der Neuinstallation bis zur Altbausanierung haben wir eine hohe Bandbreite an Erfahrungen und können uns daher als Spezialist der Branche bezeichnen. Wir handeln effizient und wirtschaftlich und gehen auf alle speziellen Kundenbedürfnisse ein. Die Werte Transparenz, Zuverlässigkeit und Qualität werden bei uns großgeschrieben und formen das gegenseitige Vertrauen. Der rasanten Entwicklung in der Elektrotechnik begegnen wir mit permanenter Weiterbildung. In Hamburg und Berlin zu Hause und damit auch in Ihrer Nähe. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank.